Ein Auto fährt ins Tal hinunter und keucht den Berg hinauf mit Qualm. Links am Steuer sitzt der Gunter, rechts daneben seine Frau. Nun geht es schwungvoll weiter, da ist der Turm und hier die Brücke. Sie fahren bis zum Rand, da ist der Abgrund schon. Jetzt geht's lieber schnell nach Haus. Die Brücke ist besser, da ist der Turm und hier die Brücke.